Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Das größte Ausstrahlungsphänomen der Geistesgeschichte, so hat einmal der Dichter Gottfried Benn den Philosophen Friedrich Nietzsche charakterisiert. 1950 war das, vor bald 70 Jahren also. Gilt dieser Superlativ immer noch? Vieles spricht dafür. In der ganzen Welt kennt man seinen Namen, seine knalligen Sätze. Gott ist tot. Einen der berühmtesten, den findet man sogar auf Häuserwände gesprüht. Doch von welchem Nietzsche ist eigentlich die Rede? Der Slam-Poet Dominik Erhard hat sich für uns auf die Suche begeben. Hören Sie mal. Also natürlich spricht Nietzsche auch noch heute. Doch weiß keiner genau, woher die Stimme kommt und wem sie eigen ist. Weil es heute bei weitem eben nicht nur einen Nietzsche gibt. Ist Nietzsche heute noch relevant? Ja, ohne Frage. Nur welcher? Ist es vielleicht der Hipster Nietzsche, der mit einem leicht schiefen Zitat aus Zaratustra auf den Lippen mit seinem Rennrad geschmeidig durch den Prenzlauer Berg fährt? Seine Hemden, Second Hands, ein Schnurrbart, gekämmt, praktikabel und doch modisch leicht gegen den Strich. Wenn du ihn siehst, weißt du sofort, der Typ ist Dynamit, aber du leider nicht. Oder ist es der Nietzsche, der sich seit siebzig Jahren unter einem Stein verkriecht und nun endlich seine Chance riecht? Der kleine Wicht hält mit beiden Händen. Ein Pamphlet in einer braunen Jacke steht, der am Pult und brüllt mit voller Kraft, dass all das, was dich nicht umbringt, nur noch stärker macht. Zum Herrschen wäre er geboren. Auf den Willen zur Macht habe er geschworen mit reinem Blut auf Vaterland. Nur darauf käme es an. Oder ist es der Nietzsche des Rausches, des Fests, der nur leben, nur denken kann, wenn es fetzt. Mit einem Schott weckt er die grauen Zellen auf, der zweite bringt ihn auf, Ideen ab dem dritten kann dann zur Tat geschritten werden. Der tolle Mensch schießt sich am Abend so dermaßen weg, dass er am nächsten Morgen jenseits von Gut und Böse wieder aufwacht, weil er weiß, die Kunst ist jene Kraft, die aus Chaos wieder Ordnung macht. Vermutlich ist es keiner von all denen, doch irgendwie alle zusammen. Sie sagen, Nietzsche sei tot, dabei habe ich ihn gestern erst gelesen. Mit Nietzsche ist es ein bisschen wie mit Gott. Vielleicht sind beide tot, doch wir tragen sie fort in unseren Gedanken. Was verschwindet, ist erst gänzlich weg, wenn man nicht mehr an es denkt. Und davon sind wir bei Nietzsche, egal bei welchem, himmelweit entfernt. Philosophische Slam-Poetry von Dominik Erhard und zugehört hat Andreas Urs Sommer, der Schweizer Philosoph und Leiter der Forschungsstelle Nietzsche-Kommentar der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. In diesen Tagen ist sein neuestes Buch erschienen, Nietzsche und die Folgen. Willkommen bei seinem Streit im Deutschland von Kultur. Guten Tag, Herr Sommer. Guten Tag, Herr Schau. Schön, Sie zu hören. Hat dieses Nietzsche-Gedicht, Herr Sommer, den Punkt getroffen, es gibt so viele Nietzsches und deshalb kann er nie verschwinden, einer ist immer da? Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Beobachtung, die Dominik Erhard in diesem Gedicht vorbringt, dass sie eben nicht mehr den einen Nietzsche haben. In gewisser Weise ist die Nietzsche-Rezeptionsgeschichte von 100 Jahren, etwas mehr als 100 Jahren, immer wieder vom Versuch gekennzeichnet gewesen, den einen Nietzsche, den einen und einzigen Nietzsche herauszudestillieren. Und alle anderen Nietzsche für illegitim zu halten. Und das Gedicht, glaube ich, hat sehr anschaulich gemacht, dass das eigentlich nicht möglich ist, Nietzsche auf den einen zu reduzieren. Wir haben einen tausendfältigen Nietzsche und das macht auch immer noch seine Attraktivität aus heutzutage. Und das, glaube ich, kam in dem Gedicht sehr gut zum Ausdruck. Wir haben auch den gefährlichen und abgründigen Nietzsche, darüber werden wir vielleicht noch sprechen. Die politische Inanspruchnahme Nietzsches ist ja bekannt und berüchtigt. Aber es gibt eben auch den Hipster Nietzsche, es gibt den Nietzsche für alle Jahreszeiten, wenn man so will. Aus allen Wipfel seines Werkes fallen die Zitate, Herr Sommer, die Schlagworte. Einige haben wir ja gerade gehört, den Willen zur Macht, den Gott der Tod ist. Bei Nietzsche kann man sich ja wunderbar bedienen. Erklärt sich auch so vielleicht schon diese große Wirkung, dass Nietzsche so eben wie ein Supermarkt ist, wo jeder findet, was er braucht? Das ist sicher ein wichtiger Aspekt, der scheinbar auch den Zugang zu Nietzsche einfach macht. Wenn Sie sonst bei Philosophen das Gesamtwerk rekonstruieren müssen, sich in labyrinthische Gedankengänge Kants oder Hegels einarbeiten, scheint es bei Nietzsche ganz leicht zu sein. Sie haben da ein Zitat und auf jenem Kalenderblatt steht wieder etwas, was von ihm stammt oder stammen soll zumindest. Es gibt auch eine Menge falscher Nietzsche-Zitate, die kursieren. Und diese scheinbar leichte Zugänglichkeit oder dieses sich bei ihm bedienen können, macht ihn attraktiv. Es hat ihn auch früh attraktiv gemacht für Nicht-Philosophen, für Künstler, für Intellektuelle aller Art und von jeder möglichen Herkunft. Also Nietzsche als ein Supermarkt von Zitaten, um ihre Metapher zu brauchen, dieser Nietzsche als Supermarkt, bei dem man sich holen kann, was gerade passt, ist tatsächlich sehr beliebt. Und das ist natürlich auch eine große Gefahr. Wenn man sich wissenschaftlich mit Nietzsche beschäftigt, muss man immer versuchen, die Gesamtheit in den Blick zu bekommen. So schwierig das ist und so sehr auch dieser Versuch dann leicht zwischen den Fingern zerrinnt, wie Sand oder wie Wasser. Es gibt bei Nietzsche, Sie haben das schon erwähnt, Herr Sommer, keine Philosophie im Sinne eines Systems, eines Denkgebäudes, einer Architektur. Er philosophiert über alles, was ihm in den Kopf kommt, was ihm vor Augen kommt und interessant erscheint. Und das auch in einem entsprechenden Stil. Es gibt keine durchgeschriebenen Bücher. Er formuliert aphoristisch, anekdotisch, in Epigrammen, Sentenzen, sogar in Gedichtform. Warum hat Nietzsche sich entschieden, so zu schreiben? In gewisser Weise hat er den Denkhorizont aufbrechen wollen, indem er den Schreibhorizont der Philosophie radikal erweiterte. An sich hat die Philosophie in der Frühzeit, wenn Sie an die alten Griechen denken, auch schon eine Formenvielfalt geprägt. Bei Parmenides gibt es ein Lehrgedicht, Platon schreibt Dialoge. Und im Laufe der Philosophiegeschichte haben sich aber bestimmte Formen, insbesondere die Traktatform, durchgesetzt. Und diese Dominanz ist in der neuzeitlichen Philosophie, die als Wissenschaft auftreten wollte, ganz deutlich geworden. Und Nietzsche nun versucht, den Schreibhorizont radikal zu erweitern. Sie haben die verschiedenen Formen genannt, in denen er experimentiert hat. Und man könnte dann noch viele weitere in diesen Formen finden, was wir bei Nietzsche so Schlankweg-Aphorismus nennen. Das ist auch ein Vielerlei. Und wenn man sich dann diese Vervielfältigung der Schreibformen anschaut, stellt man fest, dass das auch zu einer Vervielfältigung der Denkformen führt. Also sie haben eine enge Korrelation, eine enge Verbindung zwischen dem Schreiben und dem Denken. Deswegen sehe ich die verschiedenen Formen des Schreibens bei Nietzsche als Versuche, Schreibexperimente zu machen, um Denkexperimente anzustossen, um die Leserinnen und Leser immer wieder auf andere Art und Weise zu packen oder immer wieder auf andere Art und Weise für Gedanken zu begeistern, zu Gedanken zu verführen. Der Verführungskarakter dieser sprachlichen Experimente ist auch ganz groß. Man hat häufig sich dann beholfen, so mit Ausdrücken wie Nietzsche der Dichter-Philosoph, um dieses literarische Moment einzufangen. Das könnte ein bisschen kurz greifen. Es ist ganz klar ein Versuch bei Nietzsche, die Denkweisen durch Schreibweisen-Vielfalt zu erweitern. In Ihrem Buch entwickeln Sie nun die geistige Biografie anhand der Werke, deren Titel ja selber schon sprichwörtlich geworden sind, also Menschliches, Allzu Menschliches, Genialogie der Moral, die fröhliche Wissenschaft, Etze Homo. Und Sie schildern, Herr Sommer, ja auch die eklatante Wirkungslosigkeit zu Nietzsches Lebzeiten. Also sämtliche Bücher lagen wie Blei in den Regalen. Kaum jemand in der Philosophie im Geistesleben nahm Notiz davon. Wie ging es denn dann überhaupt los mit dieser Nietzsche-Wirkung? Das ist in der Tat ganz rätselhaft. Wir gehen heute selbstverständlich von der großen, enormen Wirkung Nietzsches in unterschiedlichsten Bereichen aus, wie Sie es gesagt haben, zu bewussten Lebzeiten, also bis 1889. Dann fällt Nietzsche in den Wahnsinn, gibt es diese Bücher zwar auf dem Markt, aber keiner will sie kaufen. Nietzsches Sprechen wird immer schriller. Er versucht immer lauter, sich Gehör zu verschaffen, weil niemand ihn hört. Das sehen Sie deutlich daran, wie sich der Ton der Schriften quasi ins Fortissimo steigert. Wenn Sie die letzten Schriften des Jahres 1888, des letzten Schaffensjahres von Nietzsche nehmen, dann haben Sie etwa den Antichrist oder Exe Homo, zwei Bücher, wie man sie sonst in der literarischen Weltgeschichte eigentlich nicht kennt. Dann versinkt Nietzsche in der geistigen Umnachtung Anfang 1889. Und das wird dann breit ruchbar. Und eigentlich genau zu dem Zeitpunkt, wo Nietzsche in dieser geistigen Umnachtung versinkt, ist öffentliche Aufmerksamkeit plötzlich da, die sich sehr schnell steigert. Nietzsche selber hat in seinen letzten Lebensmonaten etwa noch mitbekommen, dass der dänische Gelehrte Georg Brandes Vorlesungen über ihn in Kopenhagen hält. Das hat ihm sehr geschmeichelt. Er hat Leser auch in Frankreich, Hippolytäen darunter. Auch das schmeichelt ihm. Aber es sind noch keine grossen Massen. Und gleichzeitig mit dem wahnsinnig werden Nietzsche, wie es damals hieß, ist er plötzlich auch ein Gegenstand in den Feutons. Er wird zum Gegenstand auch scharfer Kritik. Man hat seine Philosophie von Anfang an als große Gefährdung interpretiert. Ein Rezensent schreibt im Berner Bund vom Dynamit, das Nietzsche verkörpert habe. Das ist schon zu Nietzsches bewussten Lebzeiten. Nietzsche greift die Metapher sofort auf und hält sich selber für Dynamit. Aber das Dynamit hat eben eine gewisse Langzeitwirkung gebraucht. Also erst in den 1890er Jahren geht die Wirkung in die Breite. Und ganz entscheidend für diese Breitenwirkung ist das Engagement von Nietzsche-Schwester Elisabeth Förster Nietzsche, die aus Paraguay zurückkehrt, wo sie eine deutsche Kolonie mitgegründet hatte mit ihrem dann verstorbenen Gatten. Sie kehrt zurück und übernimmt sozusagen das Nietzsche-Geschäft, gründet ein Nietzsche-Archiv, zuerst in Naumburg, zieht dann damit nach Weimar um und macht aus Nietzsche ein ganz grosses Unternehmen, wenn man so will, mit all den Schattenseiten, die so etwas hat. Es ist berühmt und berüchtigt, dass Elisabeth Förster nicht davor zurückschreckt, auch etwa Briefe zu fälschen, dass sie aus dem Nachlass Dinge macht, die wir heute für hochproblematisch halten. Aber es ist ganz klar, dass sie mit einem geschickten Propaganda-Apparat auch immer wieder tröpfchenweise Sachen aus dem Nachlass zu publizieren, eine Aufmerksamkeit in den Medien erzeugt, die anhält. Und eben es ist eine Aufmerksamkeit, die in die Breite geht. Es ist nicht das, was wir bei Philosophen normalerweise erwarten. Okay, Kollegen lesen Kollegen und man bleibt im inneren Zirkel der Fachgelehrsamkeit. Nietzsche hat von Anfang an versucht, da auszubrechen und entsprechend ist auch seine Wirkung in den 1890er Jahren zuerst eine außerakademische. Und vor allem die Dichter dann, für die ist Nietzsche ein Ereignis, also Thomas Mann etwa tief bewegt. Sie zeigen, Herr Sommer, wie sich nach dieser Initialzündung um 1900 dann praktisch das ganze 20. Jahrhundert hindurch. Nietzsche zum Global Player entwickelt, so flott nennen sie ihn. Wie hat er denn aber die Philosophie, also seine Zunft geprägt? Also wenn man sich die meisten avancierten philosophischen Konzepte anschaut, die sich auf Nietzsche beziehen, bis hin zu französischen Denkern wie Michel Foucault, Jacques Lacan oder Jacques Derrida, dann hat man oft den Eindruck, als seien es weniger die Inhalte, sondern Nietzsches Stil, dieses die Axt an alles legen, jede Denkgewohnheit aufzubrechen, dieses Philosophieren mit dem Hammer, auch eine berühmte Formulierung von ihm selbst. Ist das so? Diese Beobachtung scheint mir sehr zutreffend zu sein. In der Tat ist es vor allen Dingen das intellektuelle Irritationspotenzial, das in der Philosophie wirkmächtig geworden ist. Es gibt natürlich Philosophen, die dann versuchen, einzelne Überlegungen oder Gedankenexperimente, die man dann als Lehren deklariert, weiterzudenken bei Nietzsche, also diese berühmten Schlagworte von der ewigen Wiederkunft desgleichen oder vom Übermenschen oder vom Willen zur Macht. Ich sehe aber eben die Fruchtbarkeiten der Tat eher für die Philosophie nach Nietzsche in diesem ständigen Hinterfragen, das ist übrigens ein Wort, das Nietzsche geprägt hat, das Hinterfragen scheint mir ganz charakteristisch zu sein für diesen Gestus des Philosophierens. Entsprechend übernehmen Philosophen im 20. Jahrhundert, soweit sie nicht orthodoxe Nietzscheaner sind, so etwas gibt es auch, die also meinen, die Lehren des Meisters nachbeten zu müssen. Soweit sie das also nicht sind, lassen sie sich von diesem Irritationspotenzial anrühren und versuchen ihre eigene Philosophie, sie haben die französischen Poststrukturalisten, Dekonstruktivisten genannt, versuchen das fruchtbar zu machen. Und dann gab es natürlich auch immer wieder Versuche, Nietzsche einzuhegen und zu sagen, Nietzsche ist tot, entweder weil Nietzsche ein Protofaschist war oder weil er in einer Weise gedacht hat, wie es vorkritisch gewesen sein soll. Da gibt es ganz unterschiedliche Versuche sozusagen, die Provokation Nietzsche zu pazifizieren, es ruhig zu stellen, was da an Irritation ist. Mir scheinen diese Versuche bisher nicht wirklich von Erfolg gekrönt gewesen zu sein. Nietzsche hat immer noch ein hohes Aufregungspotenzial. Das sieht man auch, wenn man Lehrveranstaltungen zu Nietzsche anbietet, die sind immer rappelvoll. Sie haben Deutschlandfunk Kultur eingeschaltet, unser philosophisches Magazin Sein und Streit. Und wir sind in der Diskussion über Nietzsche und die Folgen mit dem Autor Andreas Urs Sommer, der bei uns zu Gast ist. Vor vielen Jahren, Herr Sommer, gab es mal dieses Titelbild vom Spiegel. Sie zitieren es, ich habe es immer noch vor Augen, das Magazin. Ein gezeichneter Januskopf, links Adolf Hitler, rechts Friedrich Nietzsche, Text Täter Hitler, Denker Nietzsche. Diesem Zusammenhang, dieser Wirkung widmen Sie natürlich auch ein ausführliches Kapitel. Nietzsche hat leider auch immer die Mörder fasziniert. Da kommt man nicht drum rum, oder? Da kommt man in der Tat nicht drum rum. Und es wäre auch naiv zu sagen, Nietzsche hat eigentlich damit all dem nichts zu tun. Es gibt bei Nietzsche, wenn man so will, intellektuelle Gewaltsamkeit, gerade auch in den späteren Werken, die immer noch verstört. Und dass dann die entsprechende Berufung auf Nietzsche nahegelegen hat, das sehen wir auf dem ganz rechten politischen Spektrum, aber erstaunlicherweise auch auf dem linken und linksradikalen politischen Spektrum. Prominent geworden ist in der Tat, berüchtigt und prominent geworden, die Rezeption Hitlers im Nationalsozialismus. Wobei wir wohl zu weit gehen würden, wenn wir Nietzsche einfach so als den Nazi-Hauptphilosophen charakterisieren würden. Es gab in der Tat Bestrebungen von sehr begabten Philosophen. Als erster ist da Bäumler zu nennen, Alfred Bäumler, der sich als Nazi-Hauptphilosoph versucht hat zu verdingen. An zweiter Stelle ist sicher auch Martin Heidegger zu nennen. Also Philosophen, die versucht haben, das, was sie unter Nationalsozialismus verstanden, mit Nietzsche in Verbindung zu bringen und Nietzsche dafür in Anspruch zu nehmen. Das Denken des Willens zur Macht bei Bäumler ist für ihn, für Bäumler, eine Steilvorlage für eine nationalsozialistische Interpretation. Die Frage ist aber in der Tat, wie breit das gewirkt hat. Es ist klar, dass Nietzsche nicht in der NS-Zeit zu den verfemten Philosophen gehört hat, sondern es eben auch dann persönliche Beziehungen von Nazi-Größen, etwa zum Nietzsche-Archiv der Schwester in Weimar gegeben hat, die wiederum versucht hat, Nietzsche den jeweiligen politischen Machthabern anzudienen. Das hat sie schon im Ersten Weltkrieg versucht mit einem gewissen Erfolg, da also Nietzsche als den deutschen Philosophen darzustellen, den Führer, geistigen Führer der heutigen Tage, so hat sie das 1914 genannt. Und dann in der NS-Zeit auch. Sie hatte schon früh in Mussolini einen Förderer. Mussolini war begeistert von Nietzsche. Bei Hitler ist es nicht ganz so, ob er wirklich Nietzsche gelesen hat. Das ist dann so aus zweiter Quelle mitunter nahegelegt. So richtig belegt ist es nicht. Es gibt also Äusserungen von Goebbels im Tagebuch, es gibt Berichte von Speer über die Besuche Hitlers im Weimarer Nietzsche-Archiv. Aber wir können wohl nicht feststellen, dass Nietzsche tatsächlich Haupt- und Magenlektüre von Hitler gewesen sei. Interessant ist quasi als Symbol für das Ganze das berüchtigte Bild, das Hitler im Nietzsche-Archiv in Weimar zeigt. Bei einer Büste Nietzsches. Dieses Bild stammt nicht, wie es häufig heisst, aus dem Jahre 34, also als Hitler schon Reichskanzler war, sondern aus dem Jahre 32, also sozusagen in der Vorphase. Und dieses Bild zeigt Hitler, der auf diese Nietzsche-Büste guckt. Und zwei Dinge sind auffällig. Zum einen ist auffällig, dass der Blick von dieser Büste nicht erwidert wird. Die Büste guckt sozusagen stiergerade aus und Hitler guckt von der Seite drauf. Und zweitens, dass Hitler nicht wirklich auf Augenhöhe Nietzsches ist. Also er ist kleiner als Nietzsche. Und es handelt sich bei diesem Bild nicht eigentlich um einen Schnappschuss, sondern um eine Aufnahme des Hitler-Hofffotografen, wenn man so will, Hoffmann, der eigentlich was von seinem Geschäft verstanden hat. Und das Bild ist dann auch in einem Bildband von Hoffmann über Hitler ganz privat abgebildet. Und das ist schon seltsam. Hitler schafft es nicht, auf Augenhöhe zu Nietzsche zu kommen. Das ist symbolisch, scheint mir, für die letzte Nicht-Vereinnahmbarkeit Nietzsches durch die NS-Ideologie. Natürlich muss man auch in Erinnerung rufen, dass Nietzsche radikal anti-deutsch zu sein versucht hat. Für ihn waren die Herrschafts- und Herrenmenschenansprüche vom Deutschen, die es schon zu seiner Zeit gab, einfach nur lächerlich. Er hat sich immer für die romanische Kultur, für das französische, für das italienische begeistert. Er hat auch die Idee gehabt, dass die künftige Elite der Welt eine Mischung aus Judentum und preußischen Offizieren sein soll. Also gerade nicht Rassenreinheitsideologien verfochten, wie das dann der Nationalsozialismus macht. Also wenn man genauer hinschaute, hätte man große Schwierigkeiten gehabt, Nietzsche tatsächlich passfähig zu machen für den Nationalsozialismus. Aber er hat Stichworte geliefert, ganz ohne Zweifel. Ich liebe einfach Hobbes und Nietzsche. Das schreibt in seinem Tagebuch Eric Harris, einer der jungen Killer, die 1999 am 20. April übrigens an der Columbine High School in den USA zwölf Schüler und sich dann selbst erschossen. Und dieses Zitat habe ich auch aus Ihrem Buch, Herr Sommer, das ein Füllhorn von verblüffenden Funden ist. Überall haben sie Nietzsche-Bezüge aufgespürt in Filmen, in der gesamten Populärkultur. Und in einem Artikel der Zeitschrift New Yorker, da wird die AfD-Sprecherin Frauke Petry porträtiert, wie sie über die Gutmenschen herzieht und dann aus ihrem Handy das passende Zitat aus Also sprach Zarathustra zitiert. Ich habe da gedacht, na super. Auch die jüngsten Neuen Rechten haben also ihre Nietzsche gelesen. Und das bringt einen natürlich auf die Frage, gibt es, Herr Sommer, überhaupt so etwas wie Nietzsche richtig lesen? Das ist natürlich die große Frage, die man sich stellt. Selbstverständlich hat man als Interpret jeweils das Gefühl, dass man ihn vielleicht besser liest als andere Kollegen und Kolleginnen oder vor allen Dingen die, die in der Populärkultur sich auf Nietzsche berufen. Aber man wird dann doch auch sehr vorsichtig. Man wird deswegen sehr vorsichtig, weil einem bei jeder Seite Nietzsche-Lektüre wieder ein neuer Nietzsche unterkommen kann. Ich bin für die Heidelberger Akademie der Wissenschaften mit einem großen Kommentar zu Nietzsches Werken beschäftigt und habe eigentlich zu Beginn dieses Langzeitunternehmens gedacht, na ja, ich weiß so ungefähr, in welche Richtung es geht bei Nietzsche. Und jetzt stelle ich in der täglichen Arbeit an diesen Nietzsche-Texten, der genauen Arbeit fest, dass er mich immer wieder neu überrascht und mir wieder etwas hochkommt, was ich so noch nicht gesehen habe. Das heisst, ich bin sehr vorsichtig geworden, eine richtige Nietzsche-Lesart zu beanspruchen selber. Ich kann natürlich feststellen, und das tue ich auch im Buch, dass es unglaublich viele simplifizierende Lesarten gibt. Das hat mit dem zu tun, was Sie vorhin gesagt haben, dass es sich bei Nietzsche eben sehr leicht immer etwas finden lässt, was gerade ins eigene Konzept passt. Also wenn eben die AfD-Vorsitzende irgendwo ein Zitat findet, kann man sicher sein, dass sie es auch findet. Und dass es womöglich auch ein echtes Zitat ist. Es kursieren im Übrigen in der Neuen Rechten aber auch eine ganze Menge falscher Nietzsche-Zitate. Sebastian Kaufmann hat darüber einen schönen Aufsatz geschrieben, Nietzsche in der Neuen Rechten, der genau das zeigt, dass man dann sich Nietzsche passfähig zu machen versucht. Und wenn man ihn nicht passfähig machen kann mit sozusagen Originalzitaten, dann werden Zitate erfunden. Aber die Autorität scheint immer noch etwas wert zu sein. Sie, jedenfalls Herr Sommer, haben sich entschieden für eine Strategie, Nietzsche ohne Bier ernst zu lesen, den heiteren Friedrich zu entdecken. Und dazu machen Sie auch wirklich Lust und Mut in Ihrem Buch, sozusagen als fröhlicher Wissenschaftler. Aber ich habe es vorhin versprochen, Herr Sommer, Sie müssen uns noch erzählen, wie Ray Manzarek, Gitarrist der Doors, zu diesem tödlichen Satz kommt, den er gesprochen hat. Friedrich Nietzsche killed Jim Morrison. Auch das noch. Auch das noch. Nietzsche wird für alles und jedes verantwortlich gemacht. Es ist ganz klar, dass Jim Morrison schon sehr früh in der Highschool sich von Nietzsche hat faszinieren lassen. Und bei Jim Morrison ist es quasi der philosophische Orgiasmus oder das Rauschhafte, was ihn interessiert. Nietzsche ist für Jim Morrison quasi der Stadthalter der lebenspraktischen Entgrenzung. Jemand, der nicht einfach nur im philosophischen stillen Kämmerlein für Irritation sorgt, sondern der das Leben insgesamt umkrempelt und entsprechend der Vorwurf dann an die Adresse von Nietzsche, er habe Jim Morrison getötet, wobei ganz offensichtlich Jim Morrison selber sich dazu entschlossen hat, in der Weise exzessiv orgiastisch zu leben, wie er es getan hat. Und das hat zwar seinem Leben ein frühes Ende bereitet, aber es war zumindest ein intensives Leben, nach seinem eigenen Verständnis ein nietzscheanisches Leben. Auch das ist eine mögliche Schlussfolgerung aus Nietzsche. Ihn nicht einfach nur als Anreger zu geistigen Horizonterweiterungen zu sehen oder als jemand, der so großartig schreibt, dass man eine Lust hat, es zu lesen und vielleicht selber zu versuchen, sondern eben ihn zu verstehen als jemand, der auch mein Leben umkrempeln kann. Und das hat Jim Morrison ganz offensichtlich getan. Er hat Nietzsche als lebensumkrempelnd verstanden. Auch das ist eine einseitige Interpretation, gewiss, aber eine, die für Jim Morrison selbst gestimmt zu haben scheint. Wobei Friedrich Nietzsche selbst nicht viel vertragen hat, wie er oft zugegeben hat. Ein Glas zu viel am Abend und der nächste Tag war erledigt. Er hat sich viele Gedanken gemacht über das, was ihm zuträglich ist und was nicht. Und der Abusus von Alkohol beispielsweise gehörte nicht zu dem, was er für zuträglich hielt. Vielen Dank, Andreas Urs Sommer, für Ihren Besuch. Alles Gute Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Scholl. Und das Buch Nietzsche und die Folgen ist im Metzler Verlag erschienen von Andreas Urs Sommer.